Der Hintergrund ist letztlich natürlich die ganz schwierige und dramatische Situation, die damals im Jahr 2010 begonnen hat, wo einfach auch deutlich geworden ist, dass es Fälle von sexueller Gewalt, von Missbrauch auch in der Kirche gibt, das muss man ganz klar sagen. Und da ist natürlich dann auch die Idee geboren worden, dass wir nicht nur natürlich auf die Fälle reagieren müssen, sondern zu überlegen, was können wir für Prävention tun. Die Bischofskonferenz hat dann eine Ordnung erlassen, die jetzt aber in den einzelnen Diözesen umgesetzt werden musste. Und so bin ich jetzt froh, dass wir tatsächlich nicht nur diese Ordnung zur Prävention vor sexualisierter Gewalt jetzt in Händen halten dürfen, sondern auch ganz konkret, wie das eben umgesetzt werden kann. Weil es geht hier um etwas ganz Entscheidendes. Ich denke, das hat das Jahr 2010 gezeigt. Es ist ja auf der einen Seite etwas ganz, ganz Wunderbares, möchte ich einmal sagen, dass Eltern uns als Kirche ihre Kinder und Jugendlichen anvertrauen. Und da muss es jetzt darum gehen zu sagen, ja, wenn ihr das tut, dann ist das ein großer Vertrauensvorschuss. Da müssen wir umgekehrt Rahmenbedingungen schaffen, dass ihr das auch tun könnt, dass Menschen, hauptberuflich oder ehrenamtlich dort sind, die eben dann diese Aufgabe auch verantwortungsbewusst wahrnehmen. Und mir ist immer sehr wichtig geworden, dieses Wort, dass es hier eine Kultur der Achtsamkeit gibt. Es geht nicht um eine Kultur des Misstrauens und der Verdächtigung, aber dass Kinder und Jugendliche einen Rahmen vorfinden, wo sie geschützt sind, wo Vertrauen herrschen kann, aber eben wo achtsam mit Kindern und Jugendlichen und eben, was die Ergänzung ist, auch mit Erwachsenenschutzbefohlenen umgegangen wird. Uns ging es immer darum, zu überlegen, wie können wir Mitarbeiter schulen, dass sie da sensibel sind für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben über 3.000 Personen in den letzten Jahren, die in irgendeiner Form, von der Mesnerin, die vielleicht zwei Stunden hat, bis eben zu dem, der in der katholischen Jugendfürsorge, wo auch immer, arbeitet, sicher noch einmal differenziert vom Inhalt her, aber uns war es wichtig, wirklich in der Fläche die Leute darauf vorzubereiten. Also das eine ist eben dieser Forderung natürlich nachzukommen, erweitertes Führungszeugnis, was ja schon länger von den hauptberuflichen Mitarbeitern sowieso verlangt wird, aber dann eben diese sogenannte Selbstverpflichtungserklärung, wie es vielleicht aber sperrig heißt, wo es ganz einfach darum geht, was gibt es für bestimmte Verhaltensregeln, die ich beachten muss, wenn ich in der Kirche mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Das ist sehr detailliert, sehr genau, wo es auch darum geht, die verschiedenen Aktionen, was brauche ich da, aber das war uns vor allem wichtig, dass das für Kinder und Jugendliche, ich möchte es immer wieder auch ergänzen, weil das auch der Schritt ist vielleicht, den wir weitergehen, auch bewusst mit Erwachsenenschutzbefohlenen, die uns ja auch anvertraut sind. Aber das ist so der zentrale Punkt. Da bin ich sehr dankbar, dass wir da eine Arbeitsgruppe hatten, die das erarbeitet hat und es war immer wichtig, dass dieses geforderte institutionelle Schutzkonzept nicht, das kann ja nicht jede Pfarrei selber machen, sondern dass wir als Diözese ganz praktisch etwas vorlegen, was die verwenden und wirklich umsetzen können im Alltag der Pfarrei, damit ja das Leben dort auch wirklich gut funktionieren kann, denn die Pfarreien leben ja von den Ehrenamtlichen und die muss man auch überzeugen und ihnen erklären, warum jetzt plötzlich solche Dinge wir in Anführungszeichen verlangen. Hier geht es nicht um Misstrauenswut und was unterstellt man uns jetzt, das könnte durchaus noch eine erste Reaktion sein. Zum einen aber muss man sagen, die Landratsämter fordern diese sogenannte EFZ, das erweiterte Führungszeugnis und mir geht es einfach darum, ich glaube, das ist auch gut vermittelbar, was ich zu Beginn schon gesagt habe, es sind uns Kinder und Jugendliche Anforderer, tun wir doch einfach alles, dass das in einer guten Weise geschehen kann und ich glaube, dass man da die Leute, die ehrenamtlich gut gewinnen kann, die einfach dann auch mithelfen, dass eben diese Kultur der Achtsamkeit, der Wertschätzung, des Vertrauens, aber wo eben auch Grenzen klar eingehalten werden, ich denke, dass sie da sich eher vielleicht sogar ernst genommen fühlen und wissen, Mensch, das ist ja auch ein Schutz für mich, wenn ich da dabei bin, dann bin ich dann auch geschützt und kann mir niemand irgendetwas unterstellen oder sonstige Dinge. Ich glaube, das ist für beide Seiten dann wichtig und ich glaube, auch gute Ordnung.